Mal gucken... Jaja... So, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Badwurst. Hier und zwar habe ich heute auch mal wieder ein Thema vorbereitet. Und zwar möchte ich heute mal allgemein über Umzüge reden. Und das kommt nicht daher, dass ich es gerade umziehe. Zum Glück nicht. Ich habe da schon ein paar hinter mir. Und ich werde jetzt auch erstmal nicht mehr umziehen. Sondern jemand aus meiner Familie zieht um. Und zwar für mich morgen. Für euch halt heute. Oder beziehungsweise wenn ihr das seht, bin ich wahrscheinlich vom Umzug schon wieder zurück. Keine Kommentare beantworten. Aber auf jeden Fall war ich heute den Tag... Schätze ich einfach mal auf einem Umzug. Weil so ist es halt geplant. Und deswegen komme ich auch darauf, darüber mal so allgemein zu reden. Und zwar geht es mir darum, dass... eigentlich umzuziehen. Ich bin ja immer der Meinung, ich helfe. Ja... Also ich will jetzt gerne sagen, nö, mache ich nicht. Aber... Ja, ich... Trotzdem finde ich es halt ätzend. Sagen wir es mal so, ganz ehrlich. Ich finde es trotzdem ätzend. Ähm... Ja, und jetzt würde mich natürlich interessieren. Findet ihr das auch so ätzend wie ich? Oder bin ich da wohl... Womöglich der Einzige, der sagt, boah, ist das ätzend? Ätzend deswegen, ähm... Ja, des Weiteren ist es ja so, dass es immer mit ziemlich viel Schleppen verbunden ist. Wer von euch macht das an sich schon gerne. Ähm... Das ist ja eigentlich Arbeit, in der ich jetzt sagen könnte... Ja gut, würde ich für den Umzug nicht helfen. Könnte ich zum Beispiel... An dem Adventskalender-Videos weitermachen. Aber... Hm... Gut, so sage ich. Ich helfe halt. Ich nehme mir ein bisschen mehr Stress auf mich. Woher hat denn Glowstone? Und ähm... Ja, so habe ich zumindest meine Familie geholfen. Klar ist, dass ihr nicht zu kurz kommen dürft. Ja, egal. Sternwald einmal. Ja, klar ist, dass ihr nicht zu kurz kommen dürft. Ich werde... Ich werde höchstwahrscheinlich, ähm... Äh... Hier mein Ding halten. Also meine... Meine Videos. Das wird vielleicht für mich etwas stressig. Auch mit den anderen Sachen, die ich noch so mache. Aber das... Ist dann halt so für mich. Dann hätte ich nicht so viel machen dürfen auf einmal. Aber, äh... Ihr werdet hier auch auf jeden Fall weiterhin... Jeden Tag ein Video bekommen. Das... Einziges Problem, was ich halt wirklich habe, ist, dass ich teilweise wenig, äh... Themen habe. Aber da komme ich noch drauf. In einem anderen, separaten Video. Sagen wir es mal ganz... Ehrlich. So. Ja. Euch... Drei hätten gereicht, weil drei ist für... Eisen eh das Biss. Dann haben wir mal wieder das beste Eisen-Equipment, was wir so bekommen können. Eine Frage. Knockback-Stick. Ja, nehmen wir mal mit. Kann man ja vielleicht mal brauchen, um einen einfach so runterzuschubsen. Mhm. Aber wie hier das Knüppel. Ja, das mit dem Gloucetown. Naja, ich weiß nicht, ob es so nötig ist. Ich guck mal. Ah, er baut sich hoch. Das ist uns auch keine schlechte Idee. Und jetzt fallen wir wieder runter. Nein. Au. Typ. Einer aus dem Blau hat das Spiel verlassen. So. Problem ist, hier runterzuspringen, wird es nicht so gut sein für mich, weil... Pohl. Mal gucken. Ja, ja. Hätten wir ihn dann auch geholt. Damit hat er jetzt glaube ich nicht gerechnet. Das war jetzt schon ein bisschen... Fies. Fies. Äh. Ja, gut. Ich glaube, damit habe ich ihn sogar getötet. Aber... Naja. Äh. Ah. So. Vier Gold wäre ein sehr, sehr schön für den Bogen. Es ist... Ich habe ihn gesehen. Keine Sorge. Ich weiß jetzt nur nicht, aus welchem Team der ist. Das Bett von Team Gelb wurde zerstört. Mal gucken. Ähm. Was da noch... Gut. Dann bleiben wir halt hier unten. Kurz Leben regenerieren. Ähm. Ähm. Ja, das ist grün. Die fühlen sich jetzt natürlich... ...besser, wenn ich es jetzt vollkommen mit aufsammeln, als jemand anders, ne? Okay, das war's dann jetzt aber auch. Das ist ja meiner Meinung nach dann doch nicht ganz so schlimm, denn das Thema hatten wir ja besprochen. Ähm. Ähm. Ja. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, was haltet ihr von Umzügen so generell. Ähm. Ja. Und habt ihr schon mal geholfen? Das würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Lasst ein Like und ein Abo da. Und guckt vielleicht mal auf das Video, was ich euch hier einblende. Es ist mal sicher wieder sehr spannend. Und dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss.